Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie und ihr alle hier seid und unser Anliegen unterstützt. Aber es kann nicht sein, dass man am dichtesten besiedelten Fleck einen Anlegeplatz macht. Die Menschenkette heute dient dazu, ein Zeichen zu setzen, um auch der Stadt klar zu machen. Es geht hier nicht um einige wenige Leute, die betroffen sind, sondern es sind hunderte, es sind tausende Bewohner der Neustadt hier betroffen. Ich befürchte erstens sehr viel Emissionen von Dieselmotoren. Ich befürchte zweitens sehr viel Lärm. Und drittens, dass hier große Teile der Sicht versperrt werden. Ja, im Moment, wegen der Umweltbelastung glaube ich und wegen der Lärmbelastung, dass da durchaus weniger Gäste kommen, weil auch ein Großteil meiner Gäste sind Stammgäste. Und die haben schon gesagt, sie gucken sich das vielleicht zwei, dreimal an, aber werden sich dann wohl auch andere Orte suchen müssen, zwangsläufig. Tschüss. 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 Tschüss.